Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir einen Überblick über die Epoche der Aufklärung geben. Zeitlich lag diese Epoche zwischen dem 17. und dem 18. Jahrhundert. In der Aufklärung wurden die Traditionen der Gesellschaft hinterfragt. Es wurde Kritik am starren System geübt, sowohl auf politischer und sozialer als auch auf philosophischer Ebene. Die Vernunft wurde als wichtigste Fähigkeit des Menschen gesehen. So kam es zum Aufstieg des Bürgertums und Niedergang des Adels. Ein Leitspruch dieser Zeit ist ein Zitat Immanuel Kant's. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Die Literatur dieser Zeit war das Bindeglied zwischen Philosophie und Bürgertum. Sie klärte mit Deutlichkeit auf und wollte ihre Leser vor allem bilden und erziehen. Daher verwenden wir heute den Begriff der didaktischen Literatur. Bekannte Autoren dieser Epoche sind Gotthold Ephraim Lessing, Jean-Jacques Rousseau und Christian Fürchtegott-Gallert. Nun weißt du alles Wichtige über die Literaturepoche der Aufklärung. In unserem Text findest du noch weitere Informationen und auch Aufgaben, mit denen du dein Wissen testen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen. Ich bin Anfang. Die Fröhung wird sich in diesen Geist-Gallertum.